»Winkt ihn zum Reden, Dionys«, befahl Demetrio. Dionys winkte einen seiner Leute herbei. Er kam mit einem hässlichen Grinsen auf die beiden Festgenommenen zu. »Wisst ihr, wer ich bin?«, fragte er drohend. Er schob seinen Kopf vor und starrte sein zurückweichendes Opfer an. »Ihr seid Post-Humo«, antwortete der Schreiber verängstigt. »Ihr habt im Gerichtsraum eine Mädchen das Auge ausgedrückt, weil sie ihren Liebsten nicht belasten wollte.« »Ich bekomme, worauf ich aus bin«, sagte der Wächter drohend. Die Adern seines Halses schwollen und sein Gesicht lief rot an, als er den bedauernswerten Schreiber am Kragen seines Kittels packte und ihn so drehte, dass der Mann fast erdrosselt wurde. »Sprichratte«, knurrte er, »antworte dem Inquisitor!« »Oh, Ohmetra! Erbarmen!«, wimmerte Pomero. »Ich schwöre!« Post-Humo schlug ihn gnadenlos erst links, dann rechts ins Gesicht, dann schleuderte ihn zu Boden und stieß ihn mit bösartiger Berechnung in die Hoden. »Abarmen«, ächzte das bedauernswerte Opfer. »Ich sage alles.« »Dann steh auf, Hund«, donnerte Post-Humo. »Bleib nicht winselnd liegen!« Dionys warf Conan einen heimlichen Blick zu, um zu sehen, ob auch er beeindruckt davon war. »Seht ihr jetzt, was denen geschieht, die sich der Polizei widersetzen?«, sagte er. Conan spuckte ihn voll Verachtung vor die Füße. »Er ist ein Schwächling und ein Dummkopf«, knurrte er. »Soll bloß einer von euch versuchen, mich auch nur so anzufassen, dann kann er seine Gedärme auf dem Boden zusammenklauben.« Mir gesagt, »ich glaube, dass es irgendwann noch Geschnetzel gibt.« »Seid ihr jetzt bereit zu reden?«, fragte Dionys, den Schreiber seufzend. »Alles, was ich weiß«, schluchzte Promero, als er mühsam auf die Füße kam und dabei wie ein geprügelter Hund winselte. »Das Kalian, kurz nachdem ich heimkam, ich verließ den Tempel etwa zur gleichen Zeit, wie er an meine Tür knopfte und seine Kutsche wegschickte. Er drohte mir, mich meiner Stellung zu entheben, wenn ich je darüber sprach. Ich bin ein armer Mann, mein Herr. Ohne Freunde oder Vermögen, ohne meine Arbeit bei ihm, würde ich des Hungers sterben.« »Das ist eure Sache«, brummte Demetrio. »Wie lange blieb er bei euch?« »Etwa bis eine halbe Stunde vor Mitternacht. Dann verließ er mich und erwähnte, dass er zum Tempel gehen, aber zu meinem Haus zurückkehren würde, nachdem er getan hatte, was er zu tun beabsichtigte.« »Und was beabsichtigte er?« Promero zögerte, aber ein schaudernder Blick auf Posthumo, der drohend die Fäuste ballte, öffnete ihm schnell die Lippen. »Es war etwas im Tempel, das er untersuchen wollte.« »Aber wieso tat er es allein und so verstohlen?« »Weil dieses Etwas nicht sein Eigentum war.« »Es gab im Morgengrauen mit einer Karawane aus dem Süden an.« »Die Karawanenleute wussten nichts weiter darüber, als dass die Beauftragten einer anderen Karawane von Stückchen, die sich ihre Obhut übergeben hatten und es für Karanthes von Hanuma, dem Ibis-Priester, bestimmt war.« »Der Karawanenführer war von diesen Beauftragten bezahlt worden, das Stück Karanthes persönlich auszuhändigen, aber der Holunke wollte gerade nach Aquilonien auf dem Weg, der nicht an Hanuma vorbeiführte. Also ersuchte er, es im Tempel abstellen zu dürfen, bis Karanthes es abholen ließ.« »Nicht nochmal schlagen.« Kalian erklärte sich damit einverstanden und versprach, einen Diener zu Karanthes zu schicken, um ihm Bescheid zu geben. Aber nachdem die Männer von der Karawane aufgebrochen waren und ich von den Booten sprach, verbot Kalian mir nach, ihn zu schicken. Er saß zu dem Zeitpunkt grübelnd neben dem Gegenstand, den die Karawanenleute hier abgestellt hatten. »Und was war dieser Gegenstand? Eine Art Sarkophag, wie sie in alten stügischen Kriften zu hinten sind. Nur war dieser rund wie eine metallene Schale mit Deckel. Er bestand aus Metall wie Kupfer, nur härter darin waren Hieroglyphen geprägt, ähnlich denen auf den alten Menchieren von Südstügien. Der Deckel war durch gehämmerte Kupferähnliche Bänder versiegelt. »Was befand sich denn in dieser Schale?« »Die Karawanenleute wussten es nicht. Sie sagten nur jene, die es ihnen zur Weiterbeförderung anvertraut hatten, erwähnte, es handelte sich um eine unersetzliche Reliquie, die man in den Grabkammern tief unter den Pyramiden gefunden habe. Der Absender schickte sie dem Ibispriester aus tiefer Verehrung. Kalian Publikum glaubte, es handelte sich bei diesem Geschenk um das Diadem des Titanenkönigs, jenes Volkes, das in dem dunklen Lande lebte, ehe die Vorfahren der Stügier dorthin kamen. Er zeigte mir ein Ornament auf dem Deckel, das genau die Form des Diadems hatte, wie es, so schwor er, die Titanenkönige der Legende nachtrugen. Er war fest entschlossen, die Schale zu öffnen, um zu sehen, was sie enthielt. Er war wie besessen bei dem Gedanken an das sagenhafte Diadem, das, wie er aus altem Schriften wusste, mit unvorstellbaren Edelsteinen besetzt war, wie sie nur die alte Rasse sie kannte und von denen ein einziger Mehrwert sein würde, als alle Juwelen dieser Welt. Ich riet ihm ab, aber kurz vor Mitternacht begab er sich allein zum Tempel und verbarg sich in den Schatten, bis der Wächter sich auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes aufhielt. Dann öffnete er die Tür mit dem Schlüssel an seinem Gürtel. Ich beobachtete ihn heimlich vom Seidenladen aus, bis er im Tempel verschwand. Dann kehrte ich in mein Haus zurück. Falls ich tatsächlich das Diadem oder etwas von großem Wert in der Schale befände, beabsichtigte er, es anderswo im Tempel zu verstecken und sich schnell wieder zurückzuziehen. Am Morgen wollte er dann ein großes Geschrei erheben und behaupten, Diebe wären in sein Museum eingebrochen und hätten Carantes Eigentum gestohlen. Niemand würde wissen, dass er auf seinem Weg nach Hause wieder umgekehrt war, außer dem Wagenlenker und mir, und weder er noch ich könnten es wagen, ihn zu verraten. »Aber der Wächter«, warf Demetrio ein, »Kallian wollte sich nicht von ihm sehen lassen. Er plante, ihn als Komplizen des Diebes zu bezichtigen und ihn kreuzigen zu lassen«, erwiderte Promero. Arus schluckte und wurde totenbleich, als er das hörte. »Wo ist dieser Sarkophag?«, fragte Demetrio. Promero deuterte, der Inquisitor brummte, »aha, also genau in dem Raum, in dem Kallian offenbar angegriffen wurde.« Promero wandte seine dünnen Hände. »Weshalb sollte jemand in Stügien Carantes ein Geschenk senden? Alte Götterstatuen und seltsame Mumien wurden schon oft auf den Karawanenstraßen hergeschafft, aber wer könnte den Ibis-Priester so sehr verehren, dass er ihm ein so kostbares Geschenk vermacht und ausgerechnet jemand aus Stügien, wo man immer noch den Erzdämonen Seed anbietet, der in den dunklen Grüften haust. Der Gott Ibis bekämpfte Seed seit dem Morgengrauen der Erde und Carantes betrachtet den Seeds-Priester sein Leben lang als Feinde. Etwas ist hier sehr, sehr seltsam.« »Zeigt uns diesen Sarkophag«, befall Demetrio. Promero ging zögernd voran. Alle folgten, einschließlich Conan, der sich offenbar überhaupt nicht um die Wachen kümmerte, die kein Auge von ihm ließen und den im Augenblick sichtlich nur die Neugier bewegte. Durch die zur Seite gerissenen Behänge betraten sie den Raum, der schwächer beleuchtet war als der Korridor, Türen an zwei Seiten führten in weitere Gemächer. An den Wänden reihten sich sagenhafte Abbilder von Göttern aus fernen Ländern und fremdartige Menschen. Promero schrie, »Seht, die Schale! Sie ist offen und leer!« In der Mitte des Raumes stand ein seltsamer schwarzer Zylinder, fast vier Fuß hoch und an seiner größten Dicke etwa in der Mitte drei Fuß im Durchmesser. Der schwere, mit Symbolen versehene Deckel lag auf dem Boden und neben ihm ein Hammer und ein Meißel. Demetrio schaute in die Schale und betrachtete verwirrt die fremdartigen Hieroglyphen. Dann drehte er sich zu Konen um. »Seid ihr hierher gekommen, um das zu stehlen?« Der Barbar schüttelte den Kopf. »Wie könnte ein einzelner Mann es vortragen?« »Die Bänder wurden mit dem Meißel gesprengt«, murmelte Demetrio. »Und in großer Eile. Hier sind Spuren, wo der Hammer daneben in das Metall schlug. Wir können wohl annehmen, dass Kallian die Schale öffnete. Jemand hatte sich in der Nähe verborgen, vielleicht zwischen den Falten des Türbehangs. Als Kallian den Deckel abgenommen hatte, sprang der Mörder ihn an. Oder vielleicht tötete er Kallian schon zuvor und brach die Schale selbst auf. »Sie ist mir unheimlich«, sagte der Schreiber schaudernd. »Sie ist viel zu alt, um heilig zu sein. Wer sah schon je Metall wie dieses? Es scheint noch härter zu sein als aquilonischer Stahl. Und seht, wie es an manchen Stellen verrostet und zerfressen ist. Und da, hier auf dem Deckel«, Promero deutete mit einem zitternden Finger. »Was würdet ihr sagen, ist das?« Demetrio beugte sich tiefer, um das eingeprägte Muster zu studieren. »Es sieht aus wie eine Art Krone«, murmelte er. »Nein«, rief Promero. »Ich warte, Kallian, aber er wollte nicht auf mich hören. Es ist eine zusammengeringelte Schlange mit dem Schwanzengel in dem Rachen. Es ist das Zeichen Sehns, der alten Schlange des Gottes, der Stügier. Die Schale ist so alt, als dass sie von Menschen hergestellt worden wäre. Es ist ein Relikt jener Zeit, als Sehns noch in Menschengestalt über das Antlitz der Erde wandelte. Vielleicht bestattete die Rasse, die seinen Lenden entsprang, die Gebeine ihrer Königin Behältern wie diesen. »Und ihr wollt vielleicht sagen, dass diese verrotteten Knochen sich erhoben, Kallian Publiko erwürgten und sich dann davonmachten?« »Es war jedenfalls kein Mensch, der in dieser Schale zur letzten Ruhe gebettet worden ist«, flüsterte der Schreiber mit ängstlicher Miene. »Welcher Mensch könnte schon darin liegen?« Demetrio fluchte. »Wenn Conan Kallian nicht auf dem Gewissen hat, dann hält der Mörder sich noch irgendwo in diesem Gebäude auf. »Dionus und Arus bleibt hier bei mir und ihr drei Gefangenen ebenfalls. Ihr anderen durchsucht das Haus. Der Mörder, falls er entkam, ehe Arus die Leiche fand, kann nur auf die gleiche Weise geflohen sein, wie Conan eindrang, und in diesem Fall hätte der Barbar ihn sehen müssen, wenn er die Wahrheit spricht.« »Ich sah niemanden, der dieses Haus als diesen Hund her«, knurrte Conan und deutete auf Arus. »Natürlich nicht, weil ihr der Mörder seid«, sagte Dionus. »Wir vergoiden nicht nur unsere Zeit. Aber um die Form zu wahren, werden wir die Durchsuchung vornehmen. Und wenn wir niemanden finden, verspreche ich, dass ihr brennen werdet. Ihr kennt doch das Gesetz schwarzhaariger Wilder. »Für einen Moment wird ein Handwerker zur Arbeit in den Minen verurteilt, ein Kaufmann zum Tode am Galgen. Für einen Mord wird ein Handwerker zur Arbeit in den Minen verurteilt, ein Kaufmann zum Tod am Galgen und ein feiner Mann zum Feuertod.« Conan fletschte als Antwort lediglich die Zähne. Die Männer begannen mit ihrer Durchsuchung. Die in der Kammer zurückgebliebenen hörten ihr Stapfen über ihren Köpfen auf der Treppe, vernahmen das Rücken von größeren Gegenständen, das Öffnen von Türen und die Rufe, wenn die Wachen sich von Raum zu Raum verständigten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017